La Bistecca alla Florentina. Der Grund, warum ich in Florenz bin. Es zählt zu einem der besten Steaks auf der ganzen Welt. Nicht nur wegen der Qualität des Fleisches, das von den Cianina-Rindern der Toskana kommt, sondern auch wegen der Art und Weise der Zubereitung. Und genau darüber wollte ich mehr lernen. Deswegen war ich bei Trattoria da Loste, einem der besten Steakhäuser der Welt, und durfte sehen, wie das Bistecca Florentina zubereitet wird. Das Interessante ist, dass auf das Steak nichts draufkommt. Es geht um den puren Geschmack des Fleisches und den Aromen aus dem Kohlegrill. Klassisch wird es rare serviert. Das sieht für manche vielleicht roh aus, aber ich kann euch sagen, es ist, als würde man durch weiche Butter beißen. Das ganze Video ist jetzt auf meinem Kanal online.